Hi, mein Name ist Cora und ich befinde mich derzeit als Teilnehmerin des 40. PPPs in den Vereinigten Staaten von Amerika. Meiner Meinung nach findet man einige der größten kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den USA im Schulsystem, in der Esskultur und im Glauben und in der Kirche. Aber besonders auch in der Architektur und Infrastruktur. Jakob, was ist eine Sache, die du aus dem Auslandsjahr für die Zukunft für dich mitnimmst? Ich würde sagen, die essentiellste Sache ist, mit neuen, schwierigen Situationen selbst umzugehen und selbst klar zu kommen. Auch auf sozialer Ebene neue Menschen kennenzulernen. Während meiner Zeit hier war ich schon im Cross-Country- und Schwimmteam unserer Schule. Ich war das Schulmaskottchen bei Football-Spielen und anderen Veranstaltungen. Und ich bin Teil einer freiwilligen Organisation, die Betten für Kinder in Not baut. Ein Grund, warum ich hergekommen bin, ist, um die großartigen Menschen hier kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Eine der wichtigsten Sachen für mich ist hier drüben meine Gastfamilie. Der gemeinsame Alltag hat mir schon viel über die amerikanische Kultur beigebracht. Und wir unternehmen viel gemeinsam, verbringen Feiertage zusammen. Und es ist wirklich unglaublich schön. Alles Gute, PPP!